So, Weinkeller. Wo ist denn der Drecks? Och, ist das auch einfach alles unübersichtlich. Ich glaube, da unten ist der Weinkeller. Bin ich von voll vorbeigelaufen? Egal. Tür ist verschlossen. Komm, fick dich doch. Öl? Laterne. Wo finde ich diesen Schlüssel? Vielleicht da oben. Okay, ich werde es dann aber auf jeden Fall dann Schluss machen mit dem Scheiß. Mit dieser Aufnahme, mit dieser wunderbaren, herrlichen, natürlich wunderschönen. So, okay, ich glaube ich vielleicht da hinten. Ansonsten könnte ich es mir echt nicht erklären. Hier aber auch bestimmt nichts. Hm. Alter, weiter. Oh. Ich glaube, hier unten? War ich hier schon? Na toll, hier ist zu. Das lässt sich nicht bewegen. So, Archive. Mann, no meter. Das kann es ja nicht sein. Der Sand gab unter seinem schwachen Körper nach. Blablabla. Oh nein. Boah, keine Monster, keine Chemikalien. Echt mal alles scheiße. Keine Chemikalien, keine Monster, alles blöd. Langweiliges Spiel hier. Echt mal, voll LB. Nein, Quatsch, das ist natürlich toll. Voll LB geworden. Echt mal, ey, Amnesia, du warst auch schon mal härter. Ich sollte das nicht so sagen, wahrscheinlich. Echt. Krieg gleich wieder voll die Krise. Ich habe immer das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Ich meine, werde ich ja. Aber gut. So, Schlüssel, ich wäre jetzt bereit für dich. Hi. Ähm. Da ist ein Loch oben. Schön. Finde ich cool. Äh. Okay. Komisches Geräusch. Da war gerade echt ein komisches Geräusch. Das war so... Vielleicht kommt ein Monster. Das würde dich freuen, ne? Da ist Blut. Oder so eine Monsterkatze. Oh Gott, da ist Blut. Von der Monsterkatze. Die Trish Tazmani. Ja, Tazmani. Aufgenommen, Öl. Okay. Danke für das Öl. Hier ist eine Papyrusrolle. Putz. Die schmeißen wir erstmal weg. Lauter Papyrusrollen. So. Buch wegschmeißen. Delineatai oder so. Keine Ahnung. Ähm. Okay. Was ist da? Es war zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Oh. Oh. Fuck. Oh. Was ist weiter? Irgendwas hat gescheppert. Oh oh. Alter. Bei mir. Hinter mir hat es den Weg versperrt. Na toll. Ich komme jetzt nicht mehr weg. Plötzlich eingesperrt mit komischen Krabbeviechern. Bäh. Okay. Gehen wir mal hier rein. Gibt es hier irgendwas außer... Oh. Da gibt es eine Zunderbüchse. Komisches Wort, oder? Mhm. Was gibt es hier so? Alter. Ein Flashback. Okay. 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 Lass uns die Servanten daran arbeiten. Oh, das ist gut. Ich schaue jetzt hier gerade noch in den Raum rüber und dann werde ich auch dann mal speichern. So, und hier könnte ich eigentlich mal Licht anmachen. So, es werde Licht. Haben wir hier irgendwo irgendwas Nützliches? Da haben wir ein Kastal mit nichts Nützlichem. Nichts. Ah, da, was ist da? Zunderbüchse. Aber keine Chemikalien. So. Da den Brief. Mal noch lesen. Oh, schon wieder so ein Flashback, ey. Was hat er denn jetzt, ey? Okay. 17 May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. Ich falle auf den Boden und schaue nach Luft, um zu fokussieren. Das war, als ich einen feinsten, blauen Schimmer gesehen habe. Mein weckerte Körper war schwer zu tragen, aber ich habe mich zu diesem schönen Licht hier schleppen. Also, jeder Vollidiot weiß doch, dass man sich nicht zu schönem Licht schleppen sollte. Nein, das sollte man wirklich nicht. Aber er will auch automatisch immer wieder nach vorne gucken, deshalb gehe ich da einfach mal hin. Also, ich fühle mich da nicht so angezogen. Obwohl, es glitzert ein bisschen. Schaut aus wie der heilige Kral. Oh, schau mal, das ist so eine Art Steinkugel. Oh, echt hübsch. Ich schau mal, schau mal in meinen Händen. Der Typ hat schon echt so richtig einen Knall, ne? Ja, schon. Ich nehme jetzt noch eine Minute oder so auf, weil dann sind es genau fünf Folgen. Alter. Kann ich noch kurz gucken, mit was ich da diese komische, zerbrechliche Stelle einhauen könnte? Ah, da ist ein Stein. Vielleicht mit... Ne, das ist ein Ritterkopf. Wow. Ich muss nur einen Ritterkopf dagegen schmeißen. Hallo? Oh Gott, weiß. Oh oh, was war das? Ich... Ich muss schnell sein. Was? 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 Oh Gott. Ich bleib hier in der Ecke stehen. Oh Gott. Ist das schrecklich. Ist das so schrecklich? Alten. Ich bin eine Kitty, holt mich hier raus! Ist das jetzt eigentlich gemein, wenn man das sagt? Ich find das toll. Ohne Dickbach? Nein. Es geht das Leben auch ohne Dickbach weiter. Das Leben geht ohne Dickbach den Bach runter. Dickbach. Nee, Quatsch. Dickbach. 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 Ich glaub, ich werd jetzt aber erstmal speichern. Meine Nerven sind voll am Ende. Okay. So. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du in dieser wunderbaren Aufmerksamkeit neben Runde zu Gast warst und mich... Ja, es hat mich sehr gefreut. Danke. Und du die Monster ermutigt hast, mich heimzusuchen. Und sie werden hoffentlich bald kommen. Als bald. Na schön. Als bald. Ja, das stimmt sogar. Als bald kommen die Monster-Kitty. Das stimmt. Ja. Na schön. Dann bis zum nächsten Mal bei Let's QQ am nächsten Mal. Bis hier. The Dark. Das können die Send. Bla bla. Tschüdelü!